Ich würde sagen, wenn ich viermal in der Woche in der Uni bin, dann bin ich auch jeden Tag mindestens einmal in der Cafeteria. Ob jetzt nur zum Quatschen und was essen oder zum Lernen, kommt halt darauf an, wie viel los ist. Also wenn es ruhiger ist, dann eher zum Lernen und sonst halt zum Quatschen. Ich finde, das Essen in der Mensa, also das, was ich immer bisher gegessen habe, hat mir immer gut geschmeckt. Also gut. Mein Lieblingsessen hier meistens Pommes und Fleisch dazu, dann Gemüse auch. Ich würde sagen, wenn es ruhiger ist, dann geht es ruhiger.